Einen wunderschönen guten Morgen. Mit iOS 13 bekam Apples Erinnerung ab, seinen letzten ordentlichen Haarschnitt. Und nachdem die alten Zöpfe abgeschnitten waren, sind in den letzten zwei Jahren einige substanzielle Funktionen nachgewachsen. Schon deshalb muss man darüber sprechen. Gleichzeitig bleibt Reminders aber auch eine derartig zentrale App für Apples gesamtes Ökosystem, dass es mal wieder Zeit ist, dass wir die Software durcharbeiten.